Ahoi Lory, geht's gut? Tipptopp, danke. Das ist deine Post. Als erstes zeige ich euch den Empfang. Hier empfangen wir jede Person, die zu Kolb kommt, hauptsächlich den Besucher und Kunden. Dank der vielen Anrufe lernt man den Kundenkontakt kennen und das ist super für die Zukunft. An der Firma Kolb schätze ich besonders den familiären Umgang. Unter anderem pflegen wir die Kultur. Bei unseren Qualitätskontrollen werden unsere Produkte, die wir herstellen, überprüft. Sonst kann es nicht an die Kunden verkauft werden. Da werden auch Analysen für die Forschung in den Niederlanden gemacht. Deswegen ist es wichtig, dass man sich der Verantwortung bewusst ist und präzise schafft. Dank unseren geleitenden Arbeitszeiten stört es auch niemand, wenn ich mal einen Zug verpasse. Wenn deine Leistungen stimmen, dann unterstützt sich Kolb, dass du nach der Lehre noch hier bleiben darfst. Ich finde die Idee eigentlich gut, aber man könnte auch... Oh, warte, wir haben einen Besucher, ich rufe gleich zurück an. Hier in der Abteilung Marketing kümmern wir uns um interne Umfragen und Broschüren für die ganze Kolb-Familie. In meiner Nährzeit durfte ich unter anderem an einem Projekt arbeiten. Das wäre die Vitrine unten im Eingangsbericht. Kommt mit, ich zeige es euch! Am Design dieser Vitrine konnte ich die letzten Wochen arbeiten. Ich finde es besonders cool, dass externe Besucher dich direkt sehen und meine Arbeit bewundern können. Im CIS darf ich die Bestätigung in unserem System erfassen, verfolge Aufträge und Auslieferungen und an sehr viele Kundenkontakt. Aufgrund von internationalen Kunden und Arbeitskollegen kann ich meine Sprachkenntnisse sehr gut anwenden. In der Buchhaltung werden Rechnungen, Mahnungen sowie auch Spesen kontiert und kontrolliert. Man bekommt einen Einblick in den verschiedensten Bereichen. Durch das Vertrauen des Praxis-Ausbildnern kann ich sehr selbstständig arbeiten und mir meinen eigenen Ablauf machen. Wenn du dich für das Thema Nachhaltigkeit interessierst, dann ist die RASCH-Abteilung genau richtig. Wir organisieren die Projekte zum Thema Umwelt und Gesundheit. Jetzt hast du gesehen, dass wir der coolste Lehrbetrieb sind, bewirb dich noch heute bei uns.